Nummer 2. Die Glocken sind echt geil vom Blackhead, muss man sagen. Felsmontage. Muss natürlich noch ein bisschen gedippt werden. Das sah gut aus, das sah sehr gut aus. Das finde ich euch schäbig, wie romantisch, sagt sie. Was denn? Ja, komm mal, das ist echt romantisch. Hier, Knossi und Tryi zusammen, Alter. Auf jeden. Wir kommen immer mal vorbei und testen eure Pizza. Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zur nächsten Folge Alle Tag und Nacht hier auf dem MuckOn-Channel. Ihr habt gerade gesehen, die Routen sind drin. Wir haben einmal eine Welsroute mit U-Pose, großem Einzelhaken und verschiedenen Mix von Würmern. Getränkt in Knoblauch-Dipp oder besser gesagt in Aalkiller-Dipp. Und jeweils zwei Grundrouten, da waren bis, ne? Insel. Insel. Ah. Ja, uns treiben hier die ganze Zeit die Inseln durch. Ich hoffe, das klappt irgendwie. Wir sind jetzt mal auf der anderen Seite der Brücke. Auf der ersten Seite haben wir ja sehr gut gefangen in der letzten Folge. Haben eine schöne Catch-and-Cock-Folge abgedreht. Und dasselbe haben wir heute auch vor. Die Welsroute ist wieder drin. Wir sind mega gespannt. Heute wieder Temperaturen über 30 Grad. Heute Abend soll es ein Gewitter geben. Den Tag werden wir noch ausnutzen. Insel drin. Oh. Oh. Insel. Insel. Ja. Insel. Im긴baldFF cookbook natürlich sindCAR-Dies. shook left at the same quality in the MASON Lasках. Ein geiles Tier, oder Freunde? Oder Maus? Ja, Maus. Das habe ich auch gerade gedacht. Jaja sagt, das ist doch viel zu hell da oben. Eigentlich schon, aber vielleicht hat sie keinen besseren Spot gefunden und muss sie jetzt hier überdauern, bis es nachher wieder Nacht wird. Gehe ich mal von aus. Mega cool. Und sowas erlebt ihr natürlich nur, wenn ihr draußen seid, meine lieben Freunde. Die Stelle bisher 30 Minuten vergangen, hat noch nicht so wirklich was gebracht. Bisher nur Campsbisse. Aber ich bin guter Dinge. Wir haben jetzt gerade ablaufen Wasser, gleich kommt Niedrigphase. Und wenn es dann wieder aufsteigt und nochmal abläuft, dann ist die gute heiße Phase. Darauf warten wir jetzt. Und dann wird es auch irgendwann beißen. Dann gibt es eine schöne Bruns Kitchen Folge, Catch and Cook Aal. Ich freue mich drauf. Ich habe jetzt schon Hunger. Ja, in der letzten Folge haben wir ja echt super gefangen. Ich glaube, 5 Aale haben wir insgesamt gefangen. Richtig schöne, dicke Dinger. Und auch die Welsroute war drin. Wir hatten sogar einen Welsbiss, oder wir hatten zumindest Biss auf diese Route, der richtig heftig war. Aber die Route war zu parabolisch. Ich wollte damit ja die Einstellung übernehmen, dass ich in jeder Gewässertiefe fischen kann. Hatten wir aber den Nachteil gehabt, dass sie halt mega parabolisch ist und der Fisch sich nicht selbst gehakt hat. Jetzt habe ich umgerüstet auf eine Karpfenroute. 3,5 Lips, sehr, sehr steif. Und ich hoffe, dass der Fisch sich dann, wenn er diesmal anbeißt, sich selber hakt. So ist auf jeden Fall jetzt der Plan. Nebenbei hat jeder zwei Aalrouten drin. Eine Aalroute ist weg. Maus, nein! Scheiße! Ich denke nur an Welsen. Ich denke, meine Rute wurde reingezogen, ohne dass wir es gemerkt haben. Oh, Mann. Juhu, schnuppi! Yes! Der erste Aal ist draußen. Richtig schöner, kleiner Zwerg. Ist ein Breitkopf-Aal. Und hat sich Taubum reingezogen. In 10 cm Gewässertiefe. Weil, ja. Ich habe einfach gedacht, wenn ich in den Stein bin, wo nicht so viele Inseln reinkommen, dann wird da auch bestimmt irgendwo ein Aal sein. Und da ist er. Der erste Breitkopf-Aal. Zu klein. Der geht wieder rein. Und weg. Es hat funktioniert, meine lieben Freunde. In der schlechtesten Phase. Wohlgemerkt. Der Aal ist wieder drin. Den können wir leider nicht für unsere Catch-in-Kurt-Folge benutzen. Aber wir werden bestimmt noch einen weiteren fangen. Und wenn nicht an dieser Stelle, dann gehen wir wieder rüber an unsere andere Stelle. Denn auf unserer anderen Stelle haben wir überhaupt keine Strohinseln. Kein Gestrüpp, was da in unsere Angeln reinkommen würde. Das beobachten wir schon die ganze Zeit. Und hatten wir beim letzten Mal. Auch nicht in der letzten Folge. Deshalb kann es sein, dass wir noch einen Spotwechsel machen. Aber der erste Aal ist da. Geil. Boah, Freunde. Junge, die Route ist fast rausgerissen worden. Ich dachte, ich habe mega Fisch drauf. Ich glaube, jetzt ist ein Stuhl, Mann. Und er klemmt. Ich habe eine Kiste oder so. Was kommt denn da zum Vorschein? Ja. Sauber gehabt, auf jeden Fall im Wurschen. Ist das ein altes... Was ist das denn? Ein altes Kochfeld oder so? Ja, das sieht irgendwie so aus, ne? Navi-Adrenalin-mäßig war das jetzt. Boah, mein Herz ist am Pochen. Ich dachte, ich habe mega Fisch, Alter. Das habe ich mir keinen Dreh in meines Lebens. Das ist mir auch so gut, ne? Das war wahrscheinlich wegen dem da hingelaufen. Kommst du noch klar? Kurz Pause. Noch ein Tier entdeckt. Und wieder einen Haken verloren. Freunde, vor ein paar Tagen waren wir doch auf Sommerforelle angeln. Dort gab es ein Gewinnspiel. Meistens dauern die Gewinnspiele immer so zwei bis vier Tage, lass die laufen. Und danach wird im selben Video ganz oben das Kommentar mit dem glücklichen Gewinner angepingt. Diesmal hat Haribo gewonnen. Herzlichen Glückwunsch zu deinen Biggie Bates. Ich lasse sie dir zukommen. Du musst uns nur über Instagram oder über das Kontaktformular biggiebates.de schreiben. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall und viel Erfolg damit, Mr. Haribo. Wir sind ja hier gerade in den Feriengebieten unterwegs, meine lieben Freunde. Und ich hatte so eine mega geile Idee. Wir haben vor ein paar Tagen mal die neuen Pizza-Automaten hier gesehen. Und Bekannte von JJ haben die schon probiert und die war ganz in Ordnung. Ich will die selber auch gerne probieren. Hier an der Stelle geht jetzt nicht viel. Wir haben einen Aal erwischt, das ist schon mal ganz gut. Aber wir haben die ganze Zeit zu kämpfen mit den Inseln und Treibgut. Und deshalb möchte ich gerne auf die andere Seite. Wir fahren jetzt gleich zu diesem Pizza-Automaten, zu den Besagten. Und dann holen wir uns mal so eine Pizza. JJ und ich teilen uns eine und probieren das gute Stück mal. Ich bin echt gespannt, wie das funktioniert. Wir werden es gleich sehen. Jetzt am liebsten los. Das Ding, weil so ein Stellenwechsel ist, man muss sich dafür bewegen, meine lieben Freunde. Und bei 33 Grad Hitze ist es schwierig. Ich meine, wir haben einen mega geilen Platz hier. Hier fängt immer der Wind voll durch. Aber dennoch habe ich keinen Bock einzupacken. Aber irgendwann wird mich der Hunger schon dazu treiben. Oder die Bisse, weil hier passiert gerade gar nichts. Ja, Haken und U-Pose leider gerade abgerissen. Ist irgendwo hängen geblieben. Ich habe jetzt keine U-Pose mehr dabei. Das bedeutet, die Wels-Montage ist leider für heute raus. Für alle, die den Wels sehen wollten, jetzt abschalten. Ich mache die jetzt auf jeden Fall gleich nochmal fertig. Machen wir daraus eine schöne Aal-Montage. Dann haben wir drei Grundrouten auf Aal. Machen jetzt vielleicht den Stellenwechsel. Gucken uns diesen wunderschönen neuen Pizza-Automaten an. Ich bin mega gespannt, wie das daraus schmeckt. Sachen sind gepackt, meine lieben Freunde. Die müde, die müde, die Hitze macht müde, meine Lieben. Wir geben hier gerade mal den Zielort ein. Filsum an der Bahn. Da ist so ein Pizza-Automat. Soll. Soll. Jetzt was für eine Pizza. Ja, wir gucken erst mal. Wir müssen erst mal gucken, was es da gibt. Wir sind auf jeden Fall jetzt gleich da. Da ist das Ziel. Ich hoffe, die haben uns nicht verarscht. Ja, Kaugummi-Automat. Oh, gibt es da wieder einen Ring, oder was? Ja, da gibt es wieder einen Ring. Die nächste Verlobung findet statt, wenn wir den nächsten Ring-Automaten finden. Da ist er, man kann ihn sehen, Freunde. Ein Pizza-Automat, ohne Scheiß jetzt. Da steht er. Attacke. Pizza in vier Minuten. Erstens Pizza auswählen. Zweitens vier Minuten warten. Drittens, genießen. Pizza, Pizza, Pizza. Flavempfeif. Okay. Ist auf jeden Fall schon mal nicht Happy Slice. Grüße an Trimax. Ich wähle ein Produkt. Ich bestätige meinen Warenkorb. Ich gehe zur Zahlung über. Ich entnehme meine Produkte. Berühren Sie den Bildschirm. Ich möchte meine Bestellung aufgeben. Ja. Ich habe keinen Account. Ich möchte als Gast bestellen. Erstmal. Blättern Sie, um Produkte zu durchsuchen. So viel gibt es nicht, würde ich sagen. Das sind alle? Ja, würde ich sagen. Ja. Oder? Ja, das war's. Echt jetzt? Ja. Ist ja nicht so viel. Also, ich bin für die oder die. Das geht nicht. Das geht auch nicht. Wieso geht das nicht? Weil das dir zu langweilig ist. Das ist zu lasch. Ach, ich sehe nichts. Mit der Polbrille kannst du den Bildschirm nicht gucken. Kannst du da... Ja, weiß ich noch. Und die ist kaputt, die GoPro. Ja, genau. Oh, scheiße. In der Möglichkeit hatten wir nur Brillen auf. Und deswegen war der Bildschirm beschlagen. Ja, also... So, da haben wir wieder das Phänomen. Was? Dass wir uns nicht entscheiden können? Ich habe schon entschieden. Welche hast du denn? Ja, entweder die oder die. Ja, dann nimm doch eine. Ja, du sagst. Wieso muss ich das sagen? Welche dir schmecken? Wir schmecken beide. Ich liebe sie auch. Nimm mir die. Kalt. Ich will doch nicht kalt. Was scherz. Eine. Ja. Bestätigen. Bist du gespannt? Mhm. Ich auch, meine lieben Freunde. Warenkorb. Jetzt müssen wir auf den Warenkorb, genau. Bestätigen. Bestätigen. Zehne, Alter. Das ist natürlich eine Menge. Kredit, haben wir die dabei? Ja. Hallo. Aber kann man da nur mit Kreditkarte bezahlen? Ja. Ja. Oder Scan anscheinend. PayPal. Folgen Anweisung auf die Zahlungsbüte. Karte bitte. Karte bitte. Piep. Das ging mal schnell. Zahlung Erfolg. Bitte Ware entnehmen. Die ist ja noch nicht fertig. Aber gleich. Okay, jetzt muss ich... Jackpot. Den Sie brauchen. Sie spielen, um ein Krossenprodukt zu gewinnen. Nein. Nein. Wieso das denn, ey? Was ist das? Das ist Jack. Fernseher im Schöne vor. Spielen Sie ein... Er spielt, um ein Krossenprodukt zu gewinnen. Das ist ja gut, mein Krossenprodukt zu gewinnen. Probieren Sie, du darfst. Nee, du darfst. Achso, mach davon selbst. Ja. Nee, das war nix. Oh, aber richtig. Voll am Arsch, ey. Nochmal? Nein. Sie haben leider verstanden. Oh. Wie gut, dass wir uns haben. Doch, Jackpot. Wo steht jetzt die Zeit? Die steht hier nicht, wa? Doch, da. Ja, coole Sache. Das bedeutet ja eigentlich schon, wenn man da hinkommt, konnte man gerade abwählen, dass man nicht spielen möchte. Ja, okay, dann ist alles gut. Dann haben wir jetzt alles. Richtig cool, so ein Pizzaautomat. Ich bin gespannt, wie die Pizza in vier Minuten aussieht. Also die Pizza jetzt rauszusuchen, hat auf jeden Fall schon mal zwei Minuten gedauert. Dann nochmal eine halbe Minute Bearbeitungszeit. Und jetzt laufen viereinhalb Minuten. Fast fünf. Na? Den zweiten Punkt, da müssen wir nochmal drüber diskutieren, mein Lieben. Zwei Tiere auf unserer Dokumentationsreihe entdeckt. Ne Heuschrecke. Und? Spider-Man hab ich auch gerade gesehen. Der war hier am abseilen. Da ist er, der Boy. Makro geht so, ne? Eine Minute sechsunddreißig. Man kann es auf jeden Fall riechen, wie das Produkt hergestellt wird. Oder besser gesagt, erhitzt wird. Riecht richtig lecker. Wie aus der Pizzeria, muss ich ganz ehrlich sagen. Nein, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Happy Sliced! Woo! Ich habe gesagt, ich kommt hier. Der Pekord muss mit deckt einfach mal mein Ding frei. Boah. Das ist echt gar nicht so schlecht. Die sieht richtig gut aus, Alter. Was ist los? Aber ist nicht geschnitten. Er hat noch gesagt, muss ich euch vorstellen, in diesem Automat ist jetzt so ein Steinofen drin und ein so ein kleiner Bäckertyp, Junge. Pizza sieht echt gut aus. Wir lassen uns die mal schmecken, eben schneiden. Ja, ihr könnt ja mal reinschreiben, wie ihr eure Pizza schneidet. Also ich mache das immer mit Schere und da wir gerade vom Angeln kommen, ist das auch eine super Idee. Ich versuche mal hier so. Sie ist auf jeden Fall sehr wabbelig, das kann man jetzt schon mal sagen. Gerade eben war sie noch ein bisschen knuspriger. Wir sind jetzt eine Minute gefahren. Ja! Dicke Wespe. Drehen wir den Teller. Ja, mit Schere ist das geil, ne? Oder Pizzaschneider ist natürlich auch immer mega. Aber ich liebe es mit Schere. Dazu noch eine schöne kalte Cherry Coke. Ich glaube, wir sind hier wieder gut bedient, wa? Ja, das können wir, ne? Ich sage euch, ist so und ich sage euch so, wie es ist. Wenn wir nachher noch einen schönen, vernünftigen Eil fangen, dann braten wir den auch noch. Also gegessen, das wird hier wie bei den Weltmeistern. Massephase. Das sieht doch super aus. Mausi, gib mir die Cam. Bitte. Vielen Dank. So, wir wollen mal gucken. Schöne kalte. Schöne kalte Cherry, Alter. Prost, Mausi, wa? Prost, Leute. Boah, jetzt probieren wir. Sieht echt gut aus. Ich glaube, du könntest gut sein. Prost, ist heiß auf jeden Fall. Pass auf. Ja. Oh, das geschmeckt wirklich gut. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Nee, aber es ist ja heiß, ey. Aber, jetzt hört ihr auch. Käse könnte wohl Emmentaler mit ein bisschen Mozzarella sein. Hier, das Tomatenzeug da draus ist auf jeden Fall mega lecker. Die Salami schmeckt auch gut. Der Teig ist auf jeden Fall durch, wie man sieht. Schön aufgegangen, schön fluffig. Also, ich sage mal so. Eins bis zehn. So eine sieben würde ich dem wohl geben. Du? Mhm. Auch eine sieben? Doch, ja. Also, natürlich eine frischere Pizzerie. Das ist nochmal was ganz anderes. Aber eher wert wie ich. Ich hätte es echt schlimmer erwartet. Viel schlimmer hätte ich erwartet. Die ist richtig gut. Aber der Geschmack schmeckt uns. Jetzt sehen wir uns gleich, ich würde sagen, bei der anderen alten Stelle, wo wir die erste Catch-and-Cook-Folge abgedreht haben, wieder. Und dann versuchen wir nochmal einen schönen Aal zu überlisten. Vielleicht gibt es ja auch noch ein Bratei. Also, das können wir nur bestätigen. Ehrlich sagen, ich glaube, ich erhöhe das Ranking nochmal, weil geschmacklich ist sie richtig gut. Und ist alles dürig und alles frisch. 7,5. Mega, Freunde. Kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Stimmt, JJ sagt gerade noch, da kann eine Tiefkühlpizza nicht mithalten. Und ich sage euch eins, die kann nicht mal ansatzweise mithalten. Das schmeckt tausendmal geiler. Also, die können auf jeden Fall vorziehen. Wenn es das bei euch in der Nähe gibt. Die haben wir schon mal getestet. Und die jetzt im Vergleich mit der Happy Slice Pizza von Trimax. Das würde ich ja gerne nochmal ausprobieren. Dafür müssen wir aber erstmal gucken, wo es eine gibt. In Oldenburg gibt es die, glaube ich, auf jeden Fall. In fast allen Großstädten. Aber müssen wir mal gucken, ob es die auch hier oben gibt. Dann werden wir die demnächst auch nochmal testen. So, aber das Wasser hier. Die lacht sich wieder einschäbig. Wie romantisch, sagt sie. Was denn? Ja, guck mal, das ist echt romantisch. Oh. Knossi und Trayi zusammen, Alter. Auf jeden. Wir kommen immer mal vorbei und testen eure Pizza. Was gegessen haben wir? Wir sind wieder unterwegs. Ob die Fische genug Bock haben zu essen? Ist eine andere Sache. Warum? Ich zeige euch mal die Temperatur. Ja, gerade war noch 34. 33,5 hat er jetzt. Am Platz wieder angekommen. Müssen wir den ganzen Kram erstmal wieder aufbauen. Die Tide ist jetzt fast ganz unten. Noch eine halbe Stunde dann ist. Ja, Wasserwechsel, Strömungswechsel. Dann haben wir wieder die auflaufende Phase. Dann müssen wir noch warten, bis das Wasser ganz oben ist. Was so in der Zwischenzeit passiert, das werdet ihr natürlich gleich erfahren. Wie ist es bei JJ? Ist ein dicker Aal? Jawohl, siehste. Why Rumble? Ja, Mausi, schön, bei Stillstand. Richtig schöner dicker Aal. Catch and cook. Catch and cook. Mausi, dickes Petri auf jeden Fall, wa? Kümmer dich um den Aal, dann können wir gleich mal eine Runde braten, Freunde. Ja, wollen wir denn mehr? Sehr schöner Aal auf jeden Fall. Geil. Wieder so einen schönen. Wir haben so einen Glück im Moment, ne? Ja, hält dich. Halleluja. Ich hab da nie mit gerechnet jetzt. Ich auch nicht. Ist ja Stillstand gerade. Ist ja kein Wasser da, keine Steine da, aber trotzdem ist einer rausgegangen. Also da kann man mal sehen, man muss nicht unbedingt die heiße Phase abwarten. Krass. Wow. Wuhu. Kannst du versuchen, so gerade zu halten? Senkrecht so? Wie kannst du? So, ja. Tschüss. Mega schöner Fisch, Freunde. Also das nennt sich doch schon wieder Aal. Verein auch nochmal für Dank, meine lieben Freunde. Da muss ich dem Verein natürlich oder unseren Verein, unseren ostfriesischen Verein auf jeden Fall mal ein Danke aussprechen. Weil die geben sich jedes Jahr so viel Mühe, damit der Aalbesatz hier immer noch stimmt und dass wir auch immer noch genug Aaler antreffen. Und ich muss sagen, die letzten zwei bis drei Jahre hat sich das stetisch verbessert. Bis, bis, bis. Und da ist auch was dran. Da ist auch was dran. Und wieder ein schöner Aalmaus. Also jetzt hast du heute mal die bessere Stelle. Mist, ey. Hätte ich mich mal doch für diese entschieden gemacht. Mist, du hast doch... An meiner Stelle. Kann nicht wahr sein. Jetzt zieht sie hier ein nach den anderen. Was sagt ihr dazu, Freunde? Holt sie wieder den Pokal nach Hause. Ich besorgte was zu essen, Schmolli. Das ist doch viel schöner. Ja, lecker, lecker. Man kann sagen, was man will. Wir quälen uns zwar hier draußen bei den über 30 Grad Temperaturen. Aber Maus, die Aale haben richtig Bock. Und seit dem letzten Mal vergrößern sie sich auch und sind alle wohlgenährt. Richtig schöne, dicke Dinger. Ich freue mich, wa? Ich würde sagen, jetzt gehen wir noch eine schöne Runde kochen. Ja, ja. Ausgetaillt. Wunderbar. Karamellisiert, Junge. Boah. Serviert. Sieht aus wie Spare Ribs, ne? Sieht ja zu gut. Und klein. Mega, Freunde. Mega. Es gibt nichts Schöneres. Ja, ich würde sagen, das genießen wir diesmal. Obwohl, ihr dürft auch. Ihr dürft auch, Freunde. Nein, ich wäre nicht sabbern. Sieht aus wie so ein Spare Ribs, ne? Mhm. Boah. Ich sag euch das so, wie das ist, ne? Ganz ehrlich, Freunde. Wenn ihr noch nie Alk gegessen habt, esst ein. Das schmeckt geiler als Hähnchen, ne? Ohne Witz jetzt. Da haben wir das richtige Gewürzmus dran. Ja, das richtige Gewürzmus dran. Sonst schockt das nicht. Aber so ist ultra sexy. Leute. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst es uns gerne wissen mit dem Daumen nach oben. Leider müssen wir jetzt schon wieder aufhören. Wir haben 30 Grad, 35 Grad gehabt. Wir haben puren Sonnenschein gehabt. Wie man jetzt im Hintergrund erkennen kann, zieht sich jetzt alles zu. Die super Phase auf alles vorbei. Jetzt gerade haben wir auch schon wieder einen sehr, sehr hohen Stand. Was eigentlich eine gute Phase für alles. Aber sie lassen sich irgendwie nicht so blicken. Könnte mit dem Gewitter zusammenhängen. In diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir haben euch lieb. Bis dahin. Hier kam eine übertrieben kranke Idee, Freunde. Eine übertrieben kranke Idee. Jeder von euch kennt es. Vielleicht liebt ihr sie auch. Diese Chicken Wings in mega scharf. Wie wäre es? Ihr wisst ja selber, wie die Industrie jetzt mittlerweile tickt. Man geht ungern noch an diese Geflügel ran. Oder zumindest ein großer Teil von uns macht es nicht mehr so gerne. Aber ich habe die Idee. Wie wäre es denn mit Eel Wings? Hot and Pepper. Die mache ich fertig, Freunde. Schöne Eel Wings. Geil. Richtig schickert. Maus. Richtig fetter Bart. Wer ist das? Hängt das an zum Beißen? Ja, wunderbar. Ja. Und ja, sind zwei, drei dicke Lachse hinterhergekommen. Ja. Na. Nein. Ich hatte einen dicken Zandermaus. Alter. Deiner Zander. Junge. Untertitelung des ZDF, 2020